Ja, guten Tag, ich bin Dr. Martin Christiansen. Ich komme aus Buxtehude, habe zwei Praxen des Filialnetzwerkes Mare Z in Buxtehude und in Seevetal und ich bin seit 22 Jahren implantologisch tätiger Zahnarzt. Das heißt, ich implantiere und ich versorge prothetisch meine Implantate auch. Für mich ist das Besondere an dem XIV Implantatsystem, dass es sowohl chirurgisch sehr, sehr einfach ist, sodass ich wirklich alle Indikationen damit erschlagen kann, ob wenig Knochen, ob harter Knochen, ob weicher Knochen, ob kurzer Knochen. Es ist wirklich überall primär stabil in allen Knochensituationen. Das ist für mich chirurgisch ausschlaggebend und ich kann prothetisch ebenfalls alle Indikationen damit erledigen. Ich kann also wunderbar sofort versorgen, was wir bei uns in den Praxen sehr, sehr häufig tun, sowohl bei den Einzelzahnlücken mit dem Temp-Base-Konzept als auch bei größeren Versorgungen mit dem Welt-One-Konzept beispielsweise, sodass ich alle prothetischen Indikationen wirklich auch mit einem Implantatsystem erledigen kann. Wir führen regelmäßig in unserer Praxis Einsteiger und fortgeschrittene Kurse für die Implantologie durch. Dort werde ich immer wieder gefragt, welches ist eigentlich mein Lieblingsimplantatsystem und regelmäßig ist die Antwort dort XIV. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.